Aber nicht irgendwie eine Stoßverletzung oder irgendwie, wo man sagen kann, okay, das Resultat ist aus den Fechten an sich heraus. Das ist ein sehr sicherer Sport geworden. Hoppala, Marius, bleib doch oben. Aber auch das wird er überwinden, es nicht klein zu kriegen. Das ist ein sehr sicherer Sport geworden.